Roxxo, wo bist du? Was geht, was geht, was geht, was geht? Wir sind zurück in der Spinnenwelt bei Roblox Spider. Oh mein Gott, endlich! Ich hab da so lange drauf gewartet, ja. Über einem Jahr zocken wir das wieder nach. Oh nein! Ich glaub, ich hab draußen etwas... Oh Gott, die Spinne! Oh Gott, oh Gott! Okay, was sollen wir jetzt machen? Du musst auf jeden Fall überleben, weil wir haben jetzt eine Spinne hier unten. Ja... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Hier, die hat schon einen Amboss. Hier, Mimi, die läuft hier hoch. Komm, lauf hoch! Pass auf, da oben ist jetzt gerade die Spinne, ne? Wir müssen jetzt probieren, hier zu entkommen. Die Leute müssen Schlüssel sammeln. Oh mein Gott, die ist hier bei mir. Ja! Ich hab den blauen Schlüssel. Ich hab einen blauen Schlüssel. Wo ist so ein blaues Schloss? Wo ist so ein blaues Schlüssel? Okay, da muss man eine Leiter hinpacken. Wo ist... Oh Gott, wo ist die ich bin? Wo ist die ich bin? Ähm... Blaues Schloss. Ich bin jetzt bei dir. Ich bin dabei, ne? Irgendwo muss hier ein blaues Schloss sein und da muss dieser Schlüssel rein. Hast du eine Leiter? Habe ich noch nicht gesehen, ne? Ne, hab ich noch nicht gesehen. Oh mein Gott, hier! Ich hab ne Brechstange. Ja, die hab ich... Dafür gab's grad den blauen Schlüssel. Also ich glaub, die brauchen wir nicht. Ah, okay. Was ist hier? Hier ist ein roter Schlüssel, komm schnell! Hier komm schnell! Ich hab nen Orangenschlüssel. Oh, auch gut, auch gut. Ist auch gut, ja, ne? Ja. Ich guck noch grade. Oh mein Gott! Da ist er, die Leiter, er hat die Leiter! Wo bist du denn? Draußen im Garten. Und die Spinne hat jemanden gefuttert! Ja, nein! Oh nein, hier ist Sackgasse, Bro. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Das ist echt gut, weil der Typ, der die Leiter hat, dem kann ich jetzt nicht aufm Dach rum. Hier ist ein Spinnenspray und grüner Schlüssel. Der hat ne Batterie sich grad jetzt gerade an. Ja, die muss hier, nach draußen, nach draußen die Batterie. Dann geht der Generator an. Ich hör die Spinne hier draußen rum, Spinnerin. Hm, rumspinnen. Oh Gott, oh Gott. Ich komm jetzt, ich komm jetzt wieder runter. Also, ich hab jetzt noch den blauen Schlüssel. Irgendwo muss der ja rein. Ich hab aber noch nicht gecheckt. Wo ist die Spinne denn jetzt mittlerweile? Äh, draußen. Ich glaub im Bunker gerade. Nein, seit wann gibt's hier so nen Keller. Achso doch, den Keller kann ich nicht. Der Bunker, den kennt man doch. Ja, ja. Den Weg kann ich gar nicht. Hm, wo ist jetzt... Warte mal. Wo ist jetzt hier der... Es muss irgendwo ein blaues Schloss geben, aber ich weiß nicht mal wo. Hm. Hier oben? Das ist ne sehr, sehr gute Frage. Ich hab ne orangen Schlüssel. Was kann mit dem orangen Schlüssel machen? Ist das irgendwie... Ich hab auch noch kein orangen in der Tür gesehen oder irangen Safe oder sowas. Hm. Ich auch grad noch nicht. Warte, hier ist ein roter Schlüssel. Hä? Ja, ja, den hab ich eben auch schon gesehen. Ich weiß aber auch nicht, wo der hin muss. Ich seh nur, dass ein grüner... Okay, warte mal. Jetzt ist hier... Da ist die Spinne. Ja. Sehr gut. Oh Gott. Lauf. Lauf. Wir brauchen noch nen Liedern-Schlüssel. Oh. Bunk. Okay, den Liedern-Schlüssel. Hier ist ein goldener Schlüssel. Den brauchen wir doch bestimmt auch. Warte mal, die hat das grad aufgemacht. Oh mein Gott. Was hat die aufgemacht? Was hat die aufgemacht? Achtung. Los. Der wird gegessen jetzt gerade. Oh nein. Kini. Oh Gott. Warte, ich such jetzt gerade mal ein paar andere Sachen. Hä? Wo muss der blaue Schlüsseln? Ich hab's doch nicht verstanden jetzt gerade, muss ich sagen. Ich war jetzt gerade auch sehr, sehr unsicher, muss ich sagen. Hier irgendwo? Also wo... Die Tür wurde, glaub ich, grad aufgemacht, ne? Oh nein, ich bin hier reingefallen in so nen Spinnenweben. Nein. Warte, ich glaube jetzt hier vorbei. Kommt die Spinne? Oh Gott, ich mach mal auf hier. Warte. Jaaa, nein. 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 Okay. Ich komm jetzt auch, ich komm jetzt auch. Ich seh dich. Warte, warte. Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Hier jetzt durch, oder? Ah, nein. Ah, mich auf. Nein, wir sind fast im Com-Road. Was? Ah. 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 Wie seh ich denn aus? Ja, du hattest aber richtig eklig aus. Aua, ich schnapp dich jetzt. Ich hab Hunger auf dich. Ich hab nen, äh, Dingens. Ich hab nen orange Schüssel. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich kommee. Ihr braucht TNT. Ihr braucht TNT. Hallo. Du wirst mich niemals bekommen, Sascha. Oh, doch. Das werd ich. Und die anderen auch nicht. Okay, das denkst du vielleicht, ja. Das denkst du vielleicht. Das denkst du vielleicht. Das schaffst du niemals. Das sagst du sowieso. Das schaffst du niemals. Wo ist die Spinne gerade? Hä? Wo ist sie gerade? Ja. Tja, die ist grad irgendwo am rumstolz. Okay. Ah, die Leiter wird schon gesetzt. Aha. Ja, ja. Und hier ist das TNT. So. Okay. Ah, auffuttern. Hier geblieben Mimi. Hast du jemanden gefuttert oder was? Ja, die futter ich jetzt auf. Ja. Oh mein Gott, die glitscht. Die glitscht. Warte mal. Ich hab die eingefangen gerade. Die glitscht aber einfach in so ner Tür. Die macht einfach nen Hack. Ja. Und jetzt hier. Ja. Und ich bin schon im Boot. Ja. Was? Guck mal, ich kann die gar nicht beißen. Ich bin da. Wo ist der Typ? Okay. Ich hab jetzt hier. Ja. In der Sackgasse. Auch den hab ich aufgefuttert. Mhhh. Lecker. Mit Taktik jetzt hier gerade, ne? Hat sie jetzt schon... Da bist du. Da bist du. Oh mein Gott, ja. Sehr gut. Ich komm jetzt in den Bunker rein. Du kannst gar nicht in den Bunker rein. Nein, kann ich nicht. Hahaha. Komm her. Nini, lauf. Komm her. Nini, lauf. Nini, lauf. Ich. Warte mal. Da ist der blaue Schuss wieder. Wofür ist denn der blaue Schuss hier? Ah. 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 Hier. Nicht. Nein. Komm her, hier. Dass du in die Falle gegangen bist, ne? Niemals. Ich hab die einfach nur ausgelöst. Hm. Hm. Okay. Ich hab noch meinen orangenen Schuss. Wofür ist die denn? Ah. Wo ist die Mimi? Die ist weg, jetzt durchgezogen. Okay. Die Mimi ist durchgezogen, ne? Du wirst sie niemals besuchen können. Okay. Ja, ja, ja. Die schnapp ich mir jetzt hier. Lina. Lina, das war's mit dir. Der macht sie die Glitch wieder. Ich glaub's nicht, dass das überhaupt geht. Voll assi. Ja. Ja, dich fress ich auch noch auf hier. Komm her, hier, Lina. Okay, okay. Ja, lauf ruhig weg. Lauf ruhig weg. Alles in Ordnung. Schön Tür zumachen hier, ne? Darf auch bloß keiner sehen. Hier kommt sie jetzt. Ah. Oh nein, was? Als wenn die mich ausgetrickst hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann's nicht glauben. Oh mein Gott. Ich kann's nicht glauben. Verdammt Axt. Okay, okay, okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich werde jetzt hier die Spinne. Ich hoffe auch. Oh. Komm schon. Ich werde jetzt die Spinne werden. Wen wird es dieses Mal treffen? Ich werde jetzt die Spinne werden, Kaspern. Bist du dir sicher? Bist du dir sicher? Na klar. Ich hoffe, sie kann sich entscheiden. Oh, die guckt mich so an. Geh weiter. Ja. Geh weiter. Nein. Sie hat kopfgeschüttelt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Broxo. Broxo. Was passiert mit dir? Nein. Jetzt bist du die Spinne. Oh nein. Lauf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Lauf los. Ich bin jetzt gerade eine Lebkuchenspinne. Alter. Passend zu Weihnachten also. Okay. Okay. Hier oben. Den nehme ich mir den Schlüssel hier. Na, wann komme ich denn? Oh. Nur acht Sekunden. Oh nein. Hau ab bitte. Wo muss ich diesen Schlüssel hier hinbringen? Ähm. Ja, mein Ziel. Es ist Töte. Hier ist noch ein goldener Schlüssel. Ich glaube, ich habe etwas. Oh nein. Oh nein. Du bist da, oder? Du bist da, oder? Oh verdammte Axt. Was muss ich hier runterbringen? Ich muss noch ein bisschen gucken. Oh ja. Hier. Oh. Okay, eine Bombe ist da erforderlich. Hier ist direkt schon mal jemand, ha? Passt auf. Die Spinne ist gefährlich. Yeah. Nein. Als wenn du direkt schon jemanden hast. Was? Wie schnell. Wie schnell. Wie schnell. Wie schnell. Und zack. Den ersten haben wir schon mal. Nein. Das war doch schon mal sehr, sehr gut gerade. Uh. Okay. Wo muss ich denn, wo muss ich diesen Amboss Schlüssel denn hinbringen? Äh. Ja. Hat der hier den blauen? Hier. Wie heißt der denn nochmal? Der French hier. Na, wo bist du Kassler? Ja. Er hat die Leiter. Okay. Oh. Danke für den Tipp. Auf jeden Fall. Jetzt ist hier das Brecheisen. Okay. Was muss ich mit dem Brecheisen machen? Oh Gott. Oh Gott. Alles gut. Hier aufbrechen. Zack. Und hier muss der Orangenschüssel rein. Okay. Krieg ich hin. Wo bist du? Da unten bist du. Ich habe gerade einen Lebkuchen gesehen. Zack. Hier mal hochklettert. Ich nehme mir mal lieber hier wieder das Ding mit. Hier den Schlüssel. So. Ja. Wo könnt ihr denn sein? Ah. Wo seid ihr? Oh mein Gott. Seid ihr etwa? Du bist doch gerade in meine Falle gelaufen. Du bist doch gerade in meine Falle gelaufen. Kaspar. Was ist? Bist du in meine Falle gelaufen? Nein. Wo seid ihr alle? Wo sind wir alle? Oh. Die läuft mir mal mitten in mein Gesicht. Nein. Die Lebkuchenspinne hat den einfach jetzt gerade gegessen. Nein. Ah. Ja. Oh Gott. Hier muss ich. Oh nein. Lauf weg da. Schnell. Weiter. Ja. Da hast du hier auch überall die Fallen direkt hingebaut. Hä? Nein. Bro. Ich bin hier drin. Ich errate dir wo die sind. Ich errate dir wo die sind. Wo sagst du. Wo sind die? Oben. Zwei sind gerade oben. Zwei sind gerade oben. Ja. Ich lauf sogar mit dir mit. Komm. Ich bin jetzt dein Diener. Lauf mit. Okay. Hier kannst du nicht durch. Hier ist mein... Ja. Wo soll ich denn sonst so? Ich hab alle Zugänge zugemacht hier. Andere Seite. Hä? Wo sind die oben? Oben sind die am verstecken. Wie am verstecken? Die verstecken sich da. Siehst du sie nicht? Nein. Hier lang. Die sind nämlich gar nicht oben. Ha. Du pranksst mich. Die sind gar nicht oben. Ha. Und du fällst hier auf die billigsten Tricks rein. Oh mein Gott. Das wirst du so bereuen. Aha. Okay. Das wirst du so bereuen, Bro. Ich wusste, dass du da runterfallen wirst. Ja. Trau dich. Oh nein. Muss ich den ganzen Weg wieder nach oben gehen? Oh Gott. Muss ich den ganzen Weg wieder nach oben gehen? Ja. Los lauft. Ja. Hier sind noch andere. Ja. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Hier sind noch andere. Genau. Du bist locker im Badezimmer. Wo bist du denn jetzt gerade? Alles in Ordnung. Alles gut. Okay. Du hast nur viel Zeit. Oh. Ja komm doch. So ein Ding ist das eigentlich. Ja komm doch. Was willst du, hä? Okay. Ja. Was machst du denn da? Das ist doch so unfair. Was ist denn los mit dir? Hä? Wieso kommst du denn da nicht hoch? Ja. Okay. Dann warten wir doch jetzt hier mal kurz 4 Minuten. 4 Minuten willst du jetzt hier warten? Okay. Du musst doch entkommen nicht jetzt. Digga. Wer spielt so? Wer spielt so? Wer spielt so wie du? Was? Ich versteck mich hier. Ja. Oh Gott. Ich muss halt auch noch... Wo soll ich von dem Bunker auf? Oh mein Gott. Ja. Ich muss auch noch übel viel machen, Alter. Ich bin halt der Einzige der was macht. Und du verfolgst nur mich die ganze Zeit. Ja. Alles in Ordnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bist du? Wo bist du? Ja. Bunker ist auf. Bunker ist auf. Bunker ist auf. Also das glaube ich natürlich. Ja. Was ist? Gut. Eine gute Zeit noch, ne? Eine gute Zeit. Ja und? Mein Gott. Das schaffe ich noch. Oh Gott. Ey das glaube ich. Oh Gott. Was muss ich machen? Komm her. Hier rein. Äh. Hier jetzt lang. Hier rein. Ja. Schnell. Okay. Sehr gut. Sehr gut. In dem Raum bin ich sicher. In dem kleinen Raum bin ich sicher. Bei dem Klo. Hier liegt dieses Spray, Alter. Ist dieses Spray. Hier das Spray habe ich mir ja hier oben geh... Hier das Ding brauche ich. Okay. Sehr gut. Na wo bist du? Hm. Ich bin draußen gerade. Hm. Bist draußen gerade? Ja. Oh beim Spawn. Beim Spawn bist du gerade. Genau. Hier langsam. Oh das ist aber ja korrekt von dir, dass du beim Spawn bist. Kein Problem Bro. Ich call dir halt gerne sowas. Jetzt gehen wir hier. Das ist ja sehr sehr nett. Oh nein. Tja die Zeit läuft leider ab Kollege. Oh nein. Oh verdammt. Oh verdammt. Ja. Nein. Ja. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Du wirst mich hier nicht killen. Ich hätte es vielleicht nicht schaffen, aber du wirst mich auch nicht killt bekommen. Ja. Ja. Tja. Lass mich doch raus. Oh Gott. Nein. Komm schon. Noch holen. Noch holen. Bro. Aber den überlegen gehen die Zeit aus. Ich musste alles alleine machen. Ich war nur alleine. Und du warst gerade tot. Ihr habt doch gerade gesehen. Mann. Verdammt. Freunde. Wenn es nicht gefallen hat, lasst mir gerne mal ein Like und ein Abo. Da wollt ihr noch weitere Parts sehen. Dann schreibt es in die Kommentare. Hashtag Part 2 in die Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Da antworte ich jedem, wenn ihr mir das schreibt. Link dazu in der Videobeschreibung. Tut mir den gefallen. Schreibt erst noch mal wie das aussehen ist im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao. bis zum Video! explic cheering